Tipp 101 Kino im Bademantel In Bad Homburg kannst du tatsächlich im Bademantel ins Kino gehen. In der Taunustherme. Du gehst einfach von der Sauna eine Treppe runter in den Keller. Da findest du die zwei Kinosäle. In beiden gibt es einen Bereich für Gäste von außerhalb und einen extra für Thermengäste, getrennt durch eine Glasscheibe. Vor dem Kino stehen ein Getränke- und ein Süßigkeitenautomat. Frisches Popcorn gibt es allerdings nicht. Fläts dich im Bademantel in den Kinosessel und genieß den Film. In einem der Säle gibt es sogar eine Empore mit ein paar Liegestühlen. Vorsicht also, dieser Kinobesuch ist so bequem und kuschelig, dass man Gefahr läuft, einzuschlafen.